Guten Abend, guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also laut, schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich hole dann an den Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef, bitte. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe ja ein Date. Das ist ja... Ah, super. Okay, dann ruf mich doch die Tage nochmal an und dann, warte, dann machen wir was aus. Ja, cool, dann ruf ich dich an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und? Volltreffer. Ja, dann... Danke für alles und... viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Kom doch noch kurz mit in die bar. Musik